Seien Sie gegrüßt, Fremde. Sie müssen neu in der Gegend sein. Ihr was? Also Mr. Bull Jenkins ist der coolste Typ in der Stadt. Alle Frauen stehen auf ihn und der riecht auf... Oh, Sheriff, Sheriff, was machen Sie da? Ich wecke Ihr Interesse an Ihnen. Oh, ich bin interessiert. Erzähl mir alles über dich. Ich bin der Sheriff. Oh, das ist so heiß. Ist es heiß hier drin? Sehr heiß hier drin. Sheriff, Sie hat versucht an Ihres Schlüsse... Wie wäre es, wenn wir uns ein ruhigeres Plätzchen suchen? Klingt nach einer spitzen Idee. Da stimmt doch was nicht. Das war es mit dem Papierkram. Wollen wir? Sheriff, lass mich hier raus. Wünsch mir Glück. Wichtig. Ganz ruhig. Oh, Blick mal. Was, wenn du mich wirklich ausnutzt? Beweis mir das Gegenteil mit einem kleinen... Einen... Kuss. Okay. Einen... Kuss. Ich bin verliebt. Oh, 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 okay. Alles klar, jetzt reicht's. Guck mal, ein Bett. Und eine Lampe. Oh, und ein Blubberblasenbad. Jetzt her mit den Klamotten. Dann bin ich gleich bei dir. Okay. Du möchtest, dass ich dich ausziehe? Ha? Da bist du ja, Freundin. Schon gut. Gut Ding will Weile haben. Du bist nicht der Einzige mit Erfahrung in Karate. Oh, Jenkins. Jetzt. Mama? Meine Freundin hat mir das Herz gebrochen. Ist schon gut, Sheriff. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Oh, das wusste ich überhaupt nicht. Schlaf jetzt, kleiner Sheriff. Geh zu Bett, kleines Baby. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020